Guten Morgen Österreich, recht herzlich willkommen zu unserer gemeinsamen Bewegungseinheit. Um Briefe solche wie diese in der heutigen Zeit noch zu bekommen, ich sage vielen, vielen Dank an die liebe Rosa Pilgeri, die mir diesen geschrieben hat. Das ist aber nicht der einzige, sondern es kommen täglich viele. Also nicht nur über die modernen Medien, sondern auch klassisch handgeschrieben. So, aber wir gehen es gleich an und zwar starten wir mit Bewegung hinein. Was machen wir heute? Wir stellen einmal ein Bein vor das andere. Schauen, dass wir da mal einen guten Stand haben. So, Körperspannung, die ist da und jetzt beginnen wir uns ganz langsam mal von vorne nach hinten zu bewegen. Ich stehe mich mal seitlich hin, vielleicht sieht man es da besser. Einfach nur mal hineinfühlen, von vorne nach hinten zu bewegen. Schauen, wie geht es uns heute? Die Damen und Herren, die schon länger mit dabei sind, die wissen das. Die können dann gleich ein bisschen größer werden von der Bewegung. Die Einsteiger fangen einmal klein an. Das ist ungefähr so diese Position, beziehungsweise diese Bewegung, die unsere Spitzensportler beim Hochsprung, beim Weitsprung machen. Da holen sie dann Schwung. Genau, und das machen wir jetzt einmal, dass auch wir Schwung holen. Gehen nach vorne auf die Zehenspitzen, auf die Zehenballen. Gehen wieder nach hinten Richtung Ferse. Und da können wir dann richtig schön Schwung holen. Genau, von vorne nach hinten. Ich komme wieder zu euch. Schwung. Ja, damit wir gescheit aufgewärmt sind für unsere nächste Übung. Und jetzt wechseln wir das Bein. Probiert das einmal, anderes Bein nach vorne stellen. Und auch da wieder langsam beginnen. Wir starten heute ganz entspannt. Für alle Damen und Herren, die heute vielleicht zum ersten Mal mit dabei sind. Wir haben keinen Stress. Ihr macht die Übungen bitte nur so gut es geht. Wenn es zu viel ist, kurze Pause. Und auch da schauen wir wieder, dass wir Schwung holen. Also geht schon. Ja, genau. Schwung. Schwung holen. Und genau. Schauen wir, dass wir da richtig schön nach vorne kommen, praktisch auf unsere Fußballen. Und wieder nach hinten. Okay. So, der nächste Schritt ist folgender. Und zwar, wir heben ein Bein an, setzen das nach vorn und setzen aber bitte hier. Zunächst einmal mit der Ferse, Mittelfuß, Vorfuß setzen wir auf und steigen wieder retour. Ja. Ich zeige es von der Seite her. Also, nach vorne steigen, Ferse, Mittelfuß, Vorfuß und dann drücken wir uns schön ab und steigen wieder zurück. Also nochmal, Ferse, Mittelfuß, Vorfuß und dann zurücksteigen. Und das kann natürlich jetzt jeder in seiner Bewegungsgröße machen. Die Fortgeschrittenen machen es ein bisschen intensiver. Ja. Die Profis machen einen richtig weiten Ausfallschritt. Ja. Da geht es schon wesentlich mehr hinein. Aber wir achten drauf. Ferse, Mittelfuß, Vorfuß und dann drücken wir uns ab. Ja. Also, da ist für alle was mit dabei. Ja. Sehr schön. Und auch die Damen und Herren, die etwas Älteren unter uns, die sich vielleicht noch ein bisschen schwer tun, und eventuell auch mit einer Gehhilfe unterwegs sind, macht das ganz locker, ja. Steigt einmal nach vorne, ja. Ferse, Mittelfuß, Vorfuß und wieder retour. Wichtig ist, dass wir da auch anheben, nicht nur da hinschlafen, also anheben, nach vorne steigen und dann, wie gesagt, abrollen über Ferse, Mittelfuß, Vorfuß. Und die dynamische Variante, ja, die geht gleich mal richtig rein. Und währenddessen wir das tun, schauen wir uns gleich das erste Video an. Das zeigt uns die Paula und die Hanna, die waren am Freitag bei der Abfahrt mit dabei und das hat ihnen extrem viel Spaß gemacht. Ja, da sind die zwei. Sehr schön. Und wir steigen noch nach vorne. Ja, kommen wieder zurück. Ja, sehr gut. Gut, okay, einmal noch nach vorne, zack, steigen zurück. So, und jetzt machen wir das Ganze retour. Das heißt, wir steigen nach hinten, ja. Wir haben Vorfuß, Mittelfuß, Ferse und steigen wieder nach vorne. Anderes Bein, wieder Ferse, Mittelfuß, Vorfuß und steigen wieder retour. Ja, also noch einmal, so nach hinten steigen und wieder nach vorne. Und auch da geht es natürlich dann ein bisschen intensiver. Das heißt, zack, nach hinten steigen. Ja, mit etwas mehr Schwung für unsere Damen und Herren, die Fortgeschrittenen. Und da können wir natürlich auch einmal uns zur Seite bewegen. Immer so eine Bewegung, dass nach hinten steigen ist, immer ein bisschen mit einer Unsicherheit verbunden. Denn wir wissen ja nie, was hinten ist. Jetzt stehen wir irgendwo, wir müssen einen Schritt zurück machen. Wenn wir das gescheit üben, speichern wir das praktisch wieder neu im Unterbewusstsein ab, unser Bewegungsmuster. Einsteigen, kleine Bewegung nach hinten, Fortgeschrittenen, zack, weiter nach hinten steigen. Sehr gut. Gut macht sich das. Okay, kommen wir nach hinten. Einmal noch nach hinten steigen, auf dem rechten Bein, einmal noch am linken. Okay, so, jetzt wird es ein bisschen dynamischer für unsere Schenkel. Also, wir gehen, schulterbreite Position, und zwar Kniebeuge. Das heißt, wir gehen einmal nach unten, so gut es geht. Achten drauf, Klapperspannung, Bauchnabel, zieht zur Wirbelsäule, gehen nach unten, schieben über das Gesäß nach oben. Und wenn wir oben sind, probieren wir praktisch, linker Ellbogen, rechtes Knie und umgekehrt. Das macht jetzt jeder für sich. Also nach unten gehen, eins, und dann schauen, wie weit geht es. Wenn es nur so geht, ist auch okay. Fortgeschrittene gehen natürlich ein bisschen weiter. Also, jeder jetzt für sich. Und gehen wir, dann machen wir schon. Da haben wir nämlich gleich auch unseren Bauch dabei. Oberschenkel und Bauch. Und wir achten natürlich darauf, dass der Bauchnabel schön zu mir ist, wie wir es heute sehen. Sehr gut. Das heißt, bei den Kniebeugen, wenn wir nach unten, ihr macht es bitte weiter, wenn ihr nach unten geht, nicht so. Sollen wirklich schauen, Oberkörper so gut wie möglich aufrecht. Schön nach oben schieben. Und dann eins, zwei. Okay. Nächstes Foto, das wir haben währenddessen, wie wir unsere Kniebeugen ausfüllen. Das ist der Vati von der Sabine aus Graz. Der Korl ist 85. Und er hat sich geschrieben, der Papa ist immer traurig, wenn es am Wochenende kein Fit mit Philipp gibt. Aber brav ist er und hat seinen Spaß dabei. Und wenn wir gleich dabei sind, währenddessen wir nach unten gehen, schauen wir noch zu Aurelia. Die kommt aus Brutz in Tirol. Und ihr gefällt auch am besten, wie abfällt. Die Tiroler Mädels, die wissen, wie es Skifahren geht. So, und wir machen jetzt noch sechs Stück gemeinsam. Okay, Achtung. Und zwar eins, Lächeln aufsetzen, zwei, und wir gehen nach unten, drei, vier, und wieder nach unten, fünf, sechs, und für die Fleißigen gehen noch vier, ja. Und sieben, gehen wir, kundenbleiben wir dran, wenn es geht. Acht, neun, genau. Und jetzt kommt wieder der allerletzte Jahrzehnte. Und da achten wir drauf, dass wir schön nach unten gehen. Vielleicht ein bisschen weiter als zuvor. Kurz in der Position bleiben, so oder so. Ja, und jetzt schieben wir schön nach oben. Und weil es so herrlich ist, einmal noch von links nach rechts. Kurz einmal durchatmen. Nächster Schritt. Wir mobilisieren unsere Lendenwirbelsäule. Dazu geben wir unsere Hände hierher, so an die Stimme seitlich hin. Und jetzt beginnen wir da ganz locker mal von vorne nach hinten zu mobilisieren. Langsam die Bewegungen, gell. Eigenverantwortung ist ganz, ganz wichtig. Nicht extrem große Bewegungen machen, sondern schön langsam sich herantasten. Sehr gut. Ja, schön von vorne nach hinten. Merkt man das, glaube ich, wenn du das Gesäß nach hinten strecke? Genau. Also vorne und dann nach hinten praktisch ins Hohlkreuz. Komm wieder, zeige ich. Und einfach Atmung fließen lassen. Und dabei die Mobilisation da ganz, ganz wichtig. Das brauchen wir. Herrlich. So, einmal noch nach vorne. Einmal nach hinten. Okay. Wir kommen jetzt zum Oberkörper. Jetzt wird es ein bisschen dynamischer. Und zwar eins, zwei, drei, vier. Das sind unsere Bewegungen. Eins, zwei, drei, vier. Und das macht jetzt jeder auch für sich. Ihr könnt euch vorstellen, natürlich, beziehungsweise ihr könnt variieren, wie extrem ist denn mein Widerstand. Ich hätte jetzt nicht nur so dahin nudeln, sondern wirklich eins, zwei, drei, vier. Wenn man das intensiv macht und sich vorstellt, dass der Widerstand etwas stärker ist, dann geht das auch richtig rein. Genau, Körperspannung ist da. Wir haben die Beine nie ganz durchgestreckt, setzen unser Lächeln auf. Wir bewegen uns. Und ein Foto habe ich noch. Und zwar, ich kriege auch immer wieder über Instagram das eine oder andere schreiben, wie zum Beispiel da. Schauen, wir sind seit Anfang Oktober mit dabei. Seid her, Pflichttermin, fühlen uns fitter. Oder die Browser immer, die schreibt, bin seit Ende Oktober täglich dabei, Rückenschmerzen halbiert. Das sind halt die angenehmen Geschichten. Rückenschmerzen weniger geworden ist doch herrlich. Und ich glaube, sie wird nicht die einzige sein. Nach vorne, Seite, nach vorne, Seite. Das heißt, wir haben vordere, hintere, seitliche Schulter mit dabei. Im Nackenbereich spüren wir es. Lassen hier die Arme fliegen. Sehr gut. Und sind richtig aufgewärmt. Für unsere nächste Übung. Die haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Und zwar, wir gehen jetzt ein bisschen Volleyball spielen. Wir baggern. Das heißt, wir legen eine Handfläche in die andere. Und bewegen unsere Arme jetzt hier schön nach oben. Stellen wir seitlich hin. Bewegen unsere Arme nach oben. Körperspannung ist da. Leicht in die Knie. Und jetzt bewegen wir unsere Arme nach oben. Und die Fortgeschrittenen, die können natürlich dann schon ein bisschen in die Knie gehen. Sich abdrücken über die Zehenspitzen. Schön nach oben. Ja, die Einsteiger beginnen nun mal so. Diese Bewegung auszuführen. Komm wieder zu euch. An dieser Stelle, ich habe mir sagen lassen, zum Beispiel in der AUVA, da tun sie mit. Oder ich habe am Wochenende im Bürgermeister von Klosterneuburg getroffen. Ich habe mir gesagt, im Agnes Seniorenheim in Klosterneuburg wird auch fleißig mitgetunnt. Ja, da gehen wir schön nach oben. Genau, baggern. Und vier, drei, zwei, eins. Schütteln wir ganz kurz aus. Jetzt kommen unsere Arme nach oben. Und zwar in unserem Dreieck. Wir bridgen. Wir packen den Ball, spielen wir so zurück. Richtig schön nach oben. Genau, strecken wir uns nach oben. Weg. Technik, auch da geht wieder ein bisschen in die Knie zu gehen, abzudrücken, über unsere Fußballen nach oben. Und wir spielen nach oben weg. Genau. Wie gesagt, ist jetzt kein Technik-Training, ist nur simuliert ungefähr von der Bewegung her. Schön nach oben. Jawohl. Geht schon. Das machen wir schon. Und zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier. Drei, zwei, eins. Hui. Spürt man, gell? Und da geht schon was. So. Bei der nächsten Übung können sich die Fortgeschrittenen, wie ich immer die Damen und Herren, die was in der Nähe haben, auch in die Hände nehmen. Und zwar kommen wir zu unserer nächsten Übung. Nennt sich Armsex. Entweder ohne Gewicht oder mit. Wir stellen uns wieder hin. Schulterbreit, Arme nach vorne und sieht folgendermaßen aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und das machen wir jetzt einmal gemeinsam. Einsteiger-Variante. Und die Fortgeschrittenen können dann eines machen. Stellen sich auf ein Bein und machen da jetzt einmal weiter. Einbeinig. Genau. Und wenn wir gut stehen, probiert einmal Folgendes. Ein Bein steht. Linkes Bein steht. Rechter Arm wird bewegt. Ja. Diagonal praktisch. Ich merke auch wieder Woggel. Das ist gut. Okay. Wir haben Montag. Ja. So. Dann können wir das Bein wechseln. Probiert das einmal für die Fortgeschrittenen. Auch da wieder mit beiden Armen zu beginnen. Alle anderen machen ganz einmal weiter. Ja. Und auch da einmal eins. Ja, so. Nach vorne. Sehr gut. Nach vorne gehen. Das ist super. Genau. Und die Einsteiger machen natürlich ganz einmal die Übungen nach vorne. Und dann machen wir noch 5, 4, 3, 2 und eine noch. Und nach oben. Okay. So. Stellen ab. Atmen kurz durch. Jetzt kommen wir schon zur entspannteren Phase. Wir schauen, dass wir wieder leicht schulterbreit stehen. Geben unsere Arme nach vorne. Faust. Und jetzt ziehen wir dann nach hinten. Einmal. Vielleicht welche Kamera haben wir da. Genau. Ziehen wir nach hinten. So. Und dann machen wir da auf. Genau. Machen wir da auf. Ich komme jetzt einsteig zu her. Vorne. Wir ziehen nach hinten. Machen da auf. Kommen wir nach vorne. Und drücken wieder nach vorn. Okay. So. Das machen wir jetzt mit der anderen Seite. Das heißt, da dehnen wir hier richtig viel vorne. Nach vorne kontrahieren wir. Das heißt, Muskeln merkt man da. Genau. Dehnen jetzt praktisch hinten. Das heißt, unser Gegenspieler. Kommen wieder nach hinten. Und machen da auf. Genau. Sehr schön. Aufmachen. Eine Übung von meinem Freund und Sporttherapeuten Thomas Schmalke. Selvas Domi wird glaube ich auch mitmachen. Gestern am Abend haben wir wieder unser Programm besprochen. So. Und die Fortgeschrittenen probieren da aufzumachen und ein bisschen weiter nach hinten zu gehen. Ja. Kommen wieder zurück. Wieder nach vorne. Sehr schön. Weit nach hinten. Sehr schön. Einmal aufmachen. Dehnen. Ein ganz wichtiger Faktor. Nach hinten gehen. Kommen nach vorne. Und Arme geht es noch. Rechts. Einmal nach links. Und wir kommen nach vorne. So. Jetzt schauen wir, dass wir eine Hand nach rechts geben. Unser Oberkörper bewegt sich auch. Rüber. Da machen wir uns lang. Wir kommen zur Mitte. Dehnen in die andere Richtung. Genau. Sehr schön. Da nehmen wir unsere Zwischenrippenmuskulatur. Seitlich. Genau. Dann probieren wir mal nach vorne zu gehen. Andere Hand. Und nach vorne zu gehen. Jetzt einmal nach oben. Genau. Da drehen wir richtig schön auf. Andere Seite. Wieder nach oben gehen. Atmung fließen lassen. Ja. Das war's für heute. Das war der Wocheneinstieg in Woche Nummer 46. Ich sag danke fürs Mitmachen. Ich freue mich schon auf morgen wieder. Und wie immer trinken, trinken, trinken. Denn die Zelle, die muss schwimmen. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020